Diese Aussage entspricht tatsächlich den Wahrheiten. Die ADKADA hat dafür gesorgt und mitgewirkt, dass das Geld von etlichen Anlegern in den Sand gesetzt wird. Die Insolvenz einer ADKADA-Anlegegesellschaft ist nämlich nicht untypisch, und leider sind es am Ende wieder die gutgläubigen Anleger, die darunter leiden. Aber was macht nun die Staatsanwaltschaft in Rostock? Gehören die Herren nicht längst auf freie Unterkunft und Logis hinter schwedische Gardinen? Ich denke, dass es wohl besser wäre, wenn wir diese Fragen nicht beantworten und im Raum stehen lassen. Nun ein gutes Sprichwort sagt bekanntlich, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Und dieses Sprichwort passt perfekt zur ADKADA, denn mit dieser Abzocknummer werden sie garantiert nicht durchkommen. Darauf wird die Leipziger Redaktion achten. Überraschenderweise befindet sich an der Meldung der Hinweis, dass hier ein deutscher Abwickler für ein Liechtensteiner Investment bestellt wurde. Finanzaufsichtsbehörden, die endlich über die eigene Landesgrenze hinaus, in eine Zusammenarbeit gehen? Das wird sehr begrüßt. ADKADA Investments AGPCC, RUGEL, Liechtenstein. BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts an und bestellt Abwickler. Die BaFin hat der ADKADA Investments AGPCC, RUGEL, Liechtenstein, mit Bescheid vom 28. September 2020 aufgegeben, das ohne Erlaubnis betriebene Einlagengeschäft sofort einzustellen und unverzüglich abzuwickeln. Das Unternehmen nahm unter der Bezeichnung ADKADA.HERLDKARE Anleihe 2020 Anführungszeichen unbedingt rückzahlbare Anlegergelder an und betreibt damit das Einlagengeschäft ohne die erforderliche Erlaubnis der BaFin. Das Unternehmen ist verpflichtet, die angenommenen Gelder per Überweisung unverzüglich und vollständig an die Kapitalgeber zurückzuzahlen. Zur Durchsetzung der Abwicklungsanordnung wurde Herr Rechtsanwalt Gerhard Brinkmann Karauf-Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten MBB Schillerstraße 18 18.055 Rostock als Abwickler bestellt. Anleger werden aufgefordert, ihre Forderungen bei ihm zu melden. Der Bescheid der BaFin sind von Gesetzes wegen sofort vollziehbar, jedoch noch nicht bestandskräftig.